Doni ist das Pferd auf allen Vieren. Ich bin der Rodeo-Reiter, setze mich darauf und hake meine Füße unten ein. Eine Hand greift hinten an den Kragen und nun muss ich mich versuchen festzuhalten. Doni darf nicht mit den Händen oder den Beinen den Boden verlassen. Und das Pferd möchte mich abwerfen.